Schnappt sich jetzt hier den Niederländer. Das war doch 2,999, aber eben nicht 3. Da muss ich mal an die Recht geben, ich weiß nicht was in Carsten Beck gefahren ist. Der kommt raus, der kommt selbst daraus. Das erste ist der Running Knee Strike und dann tatsächlich... Zeit zum Töten, Omari Deathstorm! Wo muss es sein? Das hat schon so manchen gekillt. Aber er spricht daneben. Wollen auf Carsten Beck! Roundhouse Kick gegen den König! Ja! Wieder für 2! Tommy ist oben, jetzt zieht der Achtung! Omari Deathstorm! Jetzt aber drauf! Das war's! 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 War das clever! War das clever vom Weg! Er wusste es ist vorbei! Und holt sich aus dem Ring! Der König der Ketchup! Das war's! Das war's! Das war's!